Ich dachte mir, wir schauen uns jetzt mal regelmäßig den MTG Finance Reddit Thread an, also auch Subreddit genannt. Denn das hier ist der Ort, an dem man wirklich die neuesten Infos, Spekulationen und Spoilers etc. findet. Das könnte ein wöchentliches oder monatliches Ding werden, weil ich taue hier sowieso rein als meine Routine und vielleicht ist es ja interessant, das gemeinschaftlich mal anzuschauen. Wenn nicht, dann lassen wir das wieder sein, aber vielleicht, vielleicht ist ja der MTG Finance Subreddit ein Ort, den ihr auch in Zukunft gemeinschaftlich mit mir anschauen wollt. Dann gehen wir mal durch. Buyer asks for Postage Receipt. Das ist irrelevant. Werbung für Dungeons & Dragons. Ehre unter... Die meiner, das ist ja schon ewig alt, der Film. Okay. Can anyone tell what these cards say? The text is too small for me to read. Ah, okay, wahrscheinlich auf dem Bild, nicht in echt. I wanted to see if there are any staples or decent value cards in there that I should be selling ahead of time ASAP. Thanks in advance. Ja, das ist das neue Tomb Raider Secret Lair. Gucken wir mal hier das Bild an. Das bringt irgendwie nichts, ne? Es ist schon so groß, wie es geht. Also wir sehen hier halt Lara Croft, Heart of the Explorer, ein Treasure Token, irgendwas Sunken City, ein Speer, irgendwas Winger und... Ja, mal gucken, ob das jemand anderes erkannt hat. Legendary Enchantment, zwei Mana. At the beginning of your upkeep. Mal gucken. Tomb Raider Lair with one new card reskinned for Aksanta. Ah, Aksanta. Das ist wahrscheinlich das hier, Aksanta. Shadowspear, Academy Runes, Anger of the Gods und Bow of Nilea. Decent value of price normally like other lairs, nothing to vow, just decent. Tomb Raider Secret Lair should have an ancient tomb. Ja, stimme ich zu. Oh, und hier ist noch ein anderes Bild. Okay. Aha. Lara Croft Tomb Raider. Legendary Creature Human Ranger, First Strike. Also erstmal, ja, dreifarbig. First Strike. When Lara Croft attacks, exile up to one target, legendary Artifact card or legendary Land card from a graveyard and put a Discovery Counter on it. You may play a card from exile with a Discovery Counter on it this turn. Raid at end of combat on your turn if you attack this turn, create a treasure token. Okay, das ist die neue Lara Croft Tomb Raider Karte. Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Reach, weiß ich nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie klettern kann. Dann haben wir hier Heart of the Explorer, Search for Aksanta, eine Karte aus Ixalan. Ja, gutes, gutes Land. The Lost Valley, Aksanta, the Sunken Rune. Das ist dann die Rückseite, wenn man das hier umdreht. Storms of Yamatai, Anger of the Gods, jawohl, dass es jetzt nicht so doll ist, aber ist halt nett. The Grim Whisper, Boar of Nilea, Legendary Enchantment Artifact. Okay. Shadow Spear. Natürlich eine Karte, die ein bisschen was an Wert hat. Das ist jetzt Totec Spare mit Lara Croft Artwork. Und Academy Runes, Kittes, Sunken City, Legendary Land. Und ein Treasure Token von ihrem Schreibtisch. Alles klar. Das ist also der neue Lara Croft Tomb Raider Secret Lair Drop. Kommt natürlich noch ein dediziertes Secret Lair Tomb Raider Video. Aber erstmal, erster Blick da rein. Planches Packs for Sale. Honest Question. Wo sind die Leute, die sich 2021 beschwert haben, dass die Reserve List Karten so hoch sind? Die Preise. Jetzt wo die Preise 40 bis 60 Prozent gefallen sind, müssten sie kaufen, oder? Sie sollten kaufen, richtig? Ja, sollten sie eigentlich. Und das ist immer wieder so klassisch. Bestes Beispiel Bitcoin. Bitcoin ist bei, wo war der, höchstens 60.000. Und die Leute sagten, oh, der geht auf 100.000, 150.000. Da wurde gekauft. Und dann wurde immer gesagt, oh, wenn der jetzt bei 20.000 wäre, würde ich mir richtig viel kaufen. Dann fällt er auf 20.000. Und die Leute kaufen nicht, sondern verkaufen dann eher. Vielleicht mag das die richtige Entscheidung sein, aber es ist trotzdem immer mal lustig. Preise steigen, wir kriegen FOMO, sinkende Preise bedenken und so. Naja, gut, dass ich davon die Finger gelassen habe. Also ja, Reserve List Preise sind günstig. Also auch, wer Duels spielen will, jetzt ist so die Zeit, das zu tun. 001 von 100. The One Ring opened in South Jersey. Check out the amazing card opened from a lot of the rings collector box from the comic book store. 001 von 100. Das wäre natürlich krass. Guckt mal kurz bei Card Market, was die Dinger kosten. One Ring. The One Ring. Zeige Reprints. Yo. Hier will einer für die Nummer 94 250.000 Euro. Und ab 12.000 Euro. Also das hier wird wohl ein guter, also eine Melle nicht, ne, aber so. Kriegt der schon sechsstellig? Alter Schädel, ich weiß es wirklich nicht. Fünfstellig safe. Krass, wurde gefunden. Purple Mana. Hardstock Quality, jawohl. Werbung. Would you buy Lord of the Rings Bundles, the one with the ring, for 48 Dollar? Install in meiner Nähe, verschickt ihn für 48 Dollar. 555 nachsteuern, ja. Oh. Ah, guck mal. What was the print run for Whites of Eldraine Collector? Ich habe hin und her geschaut, aber nichts gefunden. Und mal gucken, ob einer was weiß. Weil Dominaria Remastered waren für 200.000 bis 52.000 Collector. Weiß nicht, woher er die Zahl hat, aber sagt er jetzt einfach mal. Ehrlicherweise will ich nur eine Nummer abschätzen, wie viele Confetti-Falls existieren. Are there any actual MTG Finance YouTubers that are credible? Nope. Spooky Drop 2023, dazu muss ich auch noch ein Video machen. Anyone feeling anything there? Any idea for Bonus Cards? Schauen wir uns mal kurz nochmal den print run for Whites of Eldraine Collector an. People did a lot of work to calculate the original Lord of the Rings Collector Boxes. Ja, no one has known the print run of a Magic Set since 1995. Wizards veröffentlicht das nicht. Lord of the Rings hat serialisierte Karten mit festen Wahrscheinlichkeiten. Das konnte man also leichter kalkulieren. Way too much. Ja, okay, hier steht einfach nichts. Weil Wizards das halt auch nicht, ja, nicht verrät, ne? Spooky 2023 Drop. Er hat keine Diskussion darüber gesehen. Wollte mal fragen, was glauben die Leute? Die Japanese-Style-Lens look beautiful. It's a shame they're so damn expensive. Ja, 35 beziehungsweise 45 Euro sind hier halt immer non-fall-fall. If Ash had been possible commander. Mich wundert eigentlich, dass sie hier nicht über das, ähm, John Avon reden, ja. John Avon has Amra Cool 2.0, which is easily face value for his entire layer. Das stimmt. Und hier unten noch was. John Avon is probably either Sarah Angel, naja, die reden hier noch über die, über die, äh, Bonuskarten. Das bei John Avon wahrscheinlich Sarah Angel oder Brainsome als Sketch ist, ähm, ja, das, ähm, ist dann meist nicht so geil. Aber es ist, es ist wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Ah, okay. Lord of the Rings, Card Odds, Collector vs. Special Edition. Das ist spannend. Seeing all the Lord of the Rings serialized cards pop up on Reddit made me wonder, how much easier they were to get in the special election vs. the original Collector Booster. So I did the math and I thought it might be helpful to see it laid out. Okay, das ist spannend. Jetzt hat sich jemand die Mühe gemacht. Mal gucken, ob man das nachvollziehen kann. Dann, Collector Booster, es gab 1901 serialisierte Karten. 311, 700 Zwerge, 900 Menschen, ein One Ring. Die Wahrscheinlichkeit von einem Ring, ja, ist 0,0003% gewesen. Äh, 3,33 Millionen Packs produced. So on average, eine serialisierte Karte in 1753 Packs. Also eine in 24,3 Cases. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zu Special Edition Collector Booster. 5.000 serialisierte Karten. 20 mal 100 und 30 mal 100. Ja, sind 5.000. Odds of Serialized Borderless Poster 0,1. Ja, genau. I'm using the posters to determine the total number of packs produced since the R&R stated odds are vague just under 0,2%. Also es ist safe nicht, ähm, genau, weil es, die Wahrscheinlichkeit ist unter 0,2%, das kann also auch 0,1 sein, 0,19, 0,003, es kann theoretisch alles sein. Wenn es 0,003 wäre, würden sie wahrscheinlich schreiben unter 0,1%. Deswegen wird es wahrscheinlich zwischen 0,1 und 0,2% sein. 1 durch 0,0001, 0,001. 1.000 Packs have serialized poster card. Es gibt 2.000 serialized posters. Therefore there were 2 million packs produced. 2 Millionen durch 5.000 gleich 400. Also in einem von 400 Boostern ist eine serialisierte Karte. Das ist, ja, viereinhalb mal so doppelt, häufig wie beim normalen Lord of the Rings. Eins in jedem von 5,5 Cases. Cases ought to be even rare given the Gift Bundle. Ah, okay. Und es gibt noch Gift Bundle. Ja, spannend. Also die ganzen Soilringe, einer in einem von 1.753 Boostern. Und ich habe einen aufgemacht beim Commandfest. Und jetzt sind jetzt Special Edition Collector Booster, einer in einem von 400 Packs. Okay. Das ist deutlich, deutlich wahrscheinlicher. Ich weiß nicht genau, ob es 100%ig richtig ist. Es sind annäherungsweise Schätzwerte. So, gucken wir uns noch eine Sache an. Das ist spannend. Gedanken on the current state of the game. Also über den aktuellen Stand des Spiels. Und what's his current strategies. Ich muss es erstmal auf Englisch lesen. Dann können wir darüber sprechen. First let me off by saying, I'm not an economist or trained investor. Anything of this sort. So my knowledge on the intricacies of that are limited. Aber ich liebe Magic und ich genieße jeden Teil des Spiels, inklusive der Finance-Side. Ich bin neugierig. Was sind eure Gedanken über den current state of the game und result strategy to do lots of reprints and more special variants. Ja. Wenn alles special ist, ist nichts mehr special. I'm somewhat torn on it at the moment at first and foremost. I'm competitive player. Also findet er niedrigere Preise für Spiel-Pieces geiler. On the other hand, er ist also auch ein Sammler und genießt den Fakt, dass Karten Wert haben. Genau das ist ja immer der ewige Konflikt. I'm someone who always foils out and gets the special variants for the decks I'm playing. On that front, it can be nice to have more options. But it also doesn't feel great that even those special variants are worse less due to increased production. And the fact that non-special treatment cards just seem not worth it from financial standpoint. Ja okay, also es ist halt sein Konflikt. Er foilt seine Decks aus. Aber es ist schade, dass irgendwie die super duper high Value-Varianten auch immer weniger wert werden. Genau das. Der nächste heiße Scheiß ist halt heißerer Scheiß als der von gestern. Yo, hier. I expect that Modern Horizons 3 will force a soft rotation in Modern. Wegen einem erhöhten Power-Level. So wie MA2 es schon gemacht hat. Das ist immer krass. Das ist ein nicht rotierendes Format. Und durch MA2 und vielleicht MA3 nächstes Jahr rotiert Modern einfach. Schauen wir uns diese Anform noch an. Die wurde 51 mal hochgevoted. Er ist besorgt, dass die aktuelle Strategie des ewigen Nachprintens Power-Creep hervorhebt. Für Power-Creep sorgt. Und schnellere Rotation, was früher non-rotating war. Also Modern. Und jetzt Kevin of Souls ist jetzt in Pioneer legal. Power-Creep ist ein Major-Faktor in anderen Spielen. Zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Aber lange, lange Zeit hat Wotzi das geschafft, Power-Creep an einem manageable Level zu halten. Also ja, es gab Power-Creep. Aber nicht so krass wie eben bei Yu-Gi-Oh! I know, Card-Prices and Reprint-Strategy is a touchy subject. Vor allem, weil Wotzi auch sagt, es gibt keinen Sekundärmarkt. Among the investors, flippers, players, collectors. Depressed Card-Prices with the exception of whatever the latest few broken and or blingy Cards are. Das stimmt. Und also die Kartenpreise werden grundsätzlich wahrscheinlich sinken. Bis auf das, was gerade der heiße Scheiß ist. Wer von euch erinnert sich noch, was war das Besondere an Double Masters 2022? Oder an Streets of New Carpena? Oder an Innistrad Midnight Hunt? Könnt ihr mir das sagen? Nein, es ist schon so lange... Nein, es ist nicht so lange her. Es ist einfach so irrelevant geworden. Die Preise sind immer noch hoch, absolut. Wenn du kompetitiv spielen willst... Ja, okay. Er hat Jackmus in Modern gespielt. Und jetzt brauchst du halt 4 Orkisch Baumaster, 2 Ringe und 3 Agathas Soul's Cauldron. Ja, okay. Buy once, cry once. Das ist also... Ihr seht, das ist ein sehr emotionales Thema. Krass. Also man merkt halt immer mehr, finde ich, dass Wotzi merkt, sie können an der Reserve List kein Geld verdienen. Sie können am Sekundärmarkt kein Geld verdienen. Deswegen wird halt immer mehr gereprintet, damit der Sekundärmarkt weniger wert ist. Und die Leute kaufen sich halt Booster, die immer teurer werden. Ich verlinke dann das mal, weil gerade dieser Thread ist spannend. Und ja, meine Gedanken dazu sind auch, für Competitive, für Spieler, für Commander-Spieler ist es nice, dass teure Karten immer wieder kommen. Und auch erschwinglich sind, damit man eben schnell mal ein Deck bauen kann. Andererseits kaufen sich viele Leute auch diese Karten vor dem Hintergrund, dass sie Vertrauen haben, dass die in einem Jahr immer noch was wert sind. Und dass man eben nicht 1000 Euro für ein Deck ausgibt, sondern 800 Euro schon noch wiederkriegt. Wenn jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr irgendwie sich die Preise alle halbieren, ist das Spiel dadurch deutlich teurer geworden. Weil du kaufst nur mal zu einem Zeitpunkt. Das ist ja keine schwingende Masse, sondern du kaufst zu einem Zeitpunkt und das ist dann halt dein Preis. Also ihr seht, ich werde hier weiter durchschauen. MTG Reddit, MTG Finance Reddit ist mein Ort, wo ich immer mir die Infos hole. So und das hier werde ich mir auf jeden Fall noch durchlesen und vielleicht sogar meinen Sinn dazu abgeben. Vielen Dank, dass ihr heute mit reingeschaut habt und wir sehen uns die Tage.